Wir sind in irgendeiner Abstellkammer. Ey, wenn jetzt gleich hier irgendein Jumpscare kommt, dann heul ich. Also meet the four. Hast du das gehört? Was denn? Hast du das Kind gehört? Gerrit? Ich hör immer nur dieses Kies. Ich hab richtig Angst. Das Kies ist super. Oh, Marmariten. Achtung, Metallboden. Naja hab ich dich. Hast du das gehört? Hä? Naja hab ich dich, hat jemand geboten. In so einer richtig widerlichen Geisterstimme. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ich will nicht mehr. Äh. A so zu. A so was? A so zu? Jemand hat das Licht hinter mir ausgemacht. Mami. Was ist? Warte mal. Jemand hat das Licht hinter mir ausgemacht. Es kommt die ganze Zeit in so ne Geisterstimme. Ich muss überhören. Im Endeffekt wir müssen den Marmariten irgendwie ausschalten. Pizza ist okay. Oh, was ist das? Ja. Ich hab nur Angst. Oh, hier ist ne Form, Gerrit. Hier ist ne Form. Die kann man bedienen. Sag mal, habt ihr echt nicht dieses Mädchen gehört, was du die ganze Zeit gerufen hast? Lass mal den Kopf reinstecken. Schon wieder. What the fuck? Wahrscheinlich um... Nein, stopp mal. Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das für ein scheiß Kackdreck hier? Der hat Mieze komm her gesagt. Maitre? Was denn? Bist du da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das hört sich so widerlich an. Ich will nicht mehr. Was ist das? Das ist nicht dein Ehrer. Das hat aber eine Weile getauert. Okay, hier ist nichts. Wo machen wir jetzt Form? Naja, ich denke mal, hier kann man einen Hammer nur schmieden. Aber hier ist nichts. Wir sollten lieber den Fahrstuhl nehmen und noch tiefer in die Eingeweide gehen. Ja, dann machen wir das. Absolut. Nein, komm ich nicht. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg.